Hallo und willkommen zurück zu Link's Awakening DX. Ui, wir haben es im letzten Part gerade noch so geschafft, zum Adler-Tempel zu gelangen, den Adler-Schlüssel überhaupt erstmal zu finden. Das war ja schon eine Anstrengung für sich. Gut, ähm, ouch. Äh, genau. Schlüssel! Ah, benutzen wir mal. Okay. Geben wir die Treppe hoch. Äh, Bungara-Arm. Funktioniert nicht. Ah. Oh, schon das Item erhalten. Ja, der Spiegelschild. Und wie breit der ist. Link, bist du noch da? Ja. Okay, da brauchen wir Schlüssel für. So. Ähm, müssen wir mal da lang gucken. Splitsch. Splitsch. Peak. Peak. Ja. Zack, zack, zack. Pulver komm ich nicht. Äh, ne. Irgendwie. Ähm. Ha. So ein Mist. Ähm. Mhm. Mhm. Äh, ha. Ähm. Äh. Ähm. Ähm. Puh. Fee, komm her. Danke. So, gucken wir erstmal hier. Hier ist nix. Autsch. Immer da, mal gucken. Achso. Haha. Gut, ähm, mal Feder. Was ist hier? Klutsch. Ah, schon wieder. Kreuz. Herz. Pik. Pik. Kreuz. Mist. Kau. Herz. Ah. Nein, verdammt. So, Pik. 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 Kompass. Nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Als weitere Hilfe. Kompass. Kennen wir. Kennen wir alles schon. Das kennen wir doch alle schon. Moment, ich glaube, die kann man nicht mit dem Boomerang abschießen. Okay. Gut. Hier kommt man nicht weiter. Zurück. Nein, nochmal mache ich es nicht. Aha. So. Ähm. So. 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 Yep. So. 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 Ich glaube, ich verstehe es. Ich glaube es, ich verstehe es. Ich glaube es aber auch nur. Mensch, daneben gehen wir in die Richtung. Nee. Zack. Ach man. So. Ja, ha. Karte. Ja, schön. Und wie sieht die aus? Blöd. Alles klar. So, ähm. Na, wir müssen anscheinend auch gucken, welche Etage wir sind. Da es ja ein Turm zu sein scheint. Echt, mein Gott, bist du schlau. Danke, ich weiß. Ähm, ja. Wo ist denn die Kiste? Ach so. Okay. Äh, ha, 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 ha. Gut, äh, kurze Pause, ich bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. Ähm. Na, 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 na. So. Nee, Quatsch. Na, 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 na. Dann können wir da durch. Er ist doch auch wieder falsch. Quatsch. Nicht Quatsch. Na, na, na. Bitte. So, jetzt komme ich hier weiter. Mehr oder weniger. Da komme ich hier nicht, alles klar. Hier kann ich ihn. Kirby. Aha. Aha, ein Kirby-Verschnitt, alles klar. Ähm. Das ist jetzt schon als Halb-Impuls anscheinend. Ich denke mal nicht. Schade. Ich dachte, man kann von dieser Seite gleich öffnen. Aber anscheinend nicht. Okay, jetzt sind wir hier. Aha. Ach, Mann. Von da unten. Oh, Mann. No. Ha, 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 ha. Pik. 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 Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. Na. Ist ja super, ne. So. Das geht ja auch nicht. Ja, und? Ich bin hier rummisch. Ich kann die verschieben, ich kann den verschieben. Ach, ist das schwierig. Schwierig, schwierig. Ich muss da eigentlich. Moment, geht das überhaupt? Ja. Ja. So. Toll. Ich höp. Mir fällt nichts ein, was man dazu machen könnte. Ah. Na gut. Moment. Hier weiß ich, und. Hier war das. Ja, toll. Moment. Nein. Nützt doch ordentlich. So ein Mist. Oh, ich glaube die Sprengkraft würde reichen, aber selbst wenn... Ja, schön, wie komme ich da aber hin? Das ist das hüpfende Komma. Äh, der springende Punkt. Ja, schön. So stau war ich nun auch schon. Ah, ich lass mich mal runterfallen. Wie wäre es damit? Wo komme ich da wieder hin? Na toll. Das ist alles so eine Wand. Ähm, da hin. Okay, bin ich halt hier. Okay. 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 So. Gehen wir mal nach oben. Auch sehr schön, wenn er einfach so rein rennt. Das hole ich mir auch. Oh. Ich habe ihn fast nicht. Ähm. Ja, schön. Funktioniert das? Ja. Ja. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Okay, eigentlich schon, aber nicht. Ähm. Das und das. Ja. Das und das. Ja. Aha. Jetzt. Ach nein. Ach Mann. Scheiß Kirby. thy. Hey. Du hast dich nicht erwischt. Alter! Was soll das? Ähm... Ja, schön. Zack. Zack. So. Energie. Wow. Ich hab meinen Trank, glaub ich, gar nicht mehr. Toll. Kusch dich, Kirby. Kusch dich. So, aber wir kommen zum Steinschnabel. Okay. Der Tempel macht mir bis jetzt keinen Spaß. Ich glaube, das merkt man mir an. Kann das sein? Also schon mal gar nicht. Flutsch. So. Ja, b-b-b-b-b-b. Springst du vom oberen Stockwerk herunter, kommst du zur Truhe. Alles klar. So. Ich... krass da aus. Oh. Scheiß, Kirby. Wurmerang. Leben. Danke. Gehst du weg. Hab ich noch. Gut. Ey, diese Schleime können uns auch die Schilder klauen. Das ist ja gerade das Nervige daran. Ich glaube, wenn ich... Hier bin ich richtig. Ja. So. Kleiner Schlüssel. Yay. Hätte ich mich aufgeregt, wären dann nur Rubine. So, ähm... Kann ich noch irgendwas von hier aus machen? Nein. Kann ich nicht. So, äh... Nochmal kurz pausieren und gleich geht's weiter. So, liebe Leute. Schauen wir mal weiter, was es noch alles gibt. Oder nicht gibt. So, Treppe hoch. Was kann man überhaupt da mitmachen? Ich glaube, das müssen wir irgendwo hin mitnehmen. So, auf jeden Fall können wir jetzt hier rein. Ja, und? Das bringt uns jetzt was? Ah, erstmal ein Pfeil schießen. So. Genau. Ah ja, hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Gehst du bitte mal in die richtige Richtung? Danke, Link. Ah, Gott. Haben wir noch? Wir haben noch einen Schlüssel. Es beunruhigt mich jetzt doch. Hey, Typ. Willst du zu mir? Okay, Jungs. Kümmert euch um ihn. Äh. Was? Was? Worum geht's? Ich weiß von nix. Du Miststück. Aha. Anfang des Tempels. Oh, Gott sei gepriesen. Wusste ich doch. Toll. Echt so? Oh, ich lach mir einen ab. So, hier gab's auch noch irgendwie wo was. Glaub ich. Na gut, gehen wir wieder hoch erstmal. Äh, da geht's hoch. Was? Was? Worum geht's denn? Ich weiß doch gar nicht, was zu tun ist. Was ist? Ähm, okay, was sollte das jetzt? So. Nix. Hä? Was soll das? Autsch. Autsch. Hörst du jetzt mal auf? Hörst du jetzt mal auf? Schauen wir nochmal. Weil ich hier runterfalle, fahre ich in die letzte Etage, in die vorherige. Schlangen. Wie soll ich das bitteschön machen? Ihr Scherzkekse. Ach, Leute. äh, 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 ich glaube, ich werde erstmal nochmal zur Fehnquelle gehen und dann nochmal zurückkehren. Ja, das mache ich mal lieber, bevor ich wirklich noch sterben sollte. Das Hähnchen ist wieder da. Yay. Obwohl, hier kann man sich eigentlich auch gut auffüllen. Die geben wir mal ein Herz. Ja. Tag. Die geben nichts mehr. Okay. Mist, die geben nichts mehr. Okay. Nein. Blödes Huhn. So, jetzt gehe ich nochmal in den Tempel. Level 7 Adlerfestung. Gucke ich jetzt nochmal nach, ob sie wieder was geben. Ne. So ein Mist. Okay, was fehlt uns eigentlich noch? Der große Schlüssel fehlt uns noch. Ja, doch. Wir wissen es. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.